Angeranz wäre vorbei, jetzt wird diskutiert, heißt die Bonn, der Tag in der Belgien verteilt, aber sie reden, so wenigstens miteinander, solange die Menschen drehen, ist es auch ein gutes Zeichen. Und da hinten, die ersten Verfolger, wollen sie auf deiner Lattung 400 Meter bis zur Entscheidung. Und da hinten, die wir hier gewinnen, es wird ein großartiger Sieg, Angeranz hat schon gewonnen bei der Tour, für uns sind nur der letzte Größte der Tour bei der Frankfurt.